Einen wunderschönen guten Morgen. Der Ababschied von Bestfotos, der hat mir das Thema in dieser Woche regelrecht aufgedrückt. Bestfotos vereinte die Funktionen aus mehreren Anwendungen, mit denen ich versuche, meine Fotobibliothek so halbwegs in Schuss zu halten. Sprich, missglückte Bilder wegwerfen, Duplikate entfernen und auf die richtigen Datums- und Ortseinträge zu achten.